Shoutout geht raus an das ganze Camp von Hexer und und und, DJ Eule, liebe Grüße gehen raus, Digga. Hexer hat einen neuen Song gemacht, auf Hexer haben wir schon ein paar mal reacted, ich finde Hexer ist ein sehr, sehr cooler Künstler, der sehr mit diesem Sing-Sang-Rap um die Ecke kommt, was ich sehr feiere. Ich bin gespannt, dieser Buddha, ich weiß nicht, ob ich da immer Außenseiter bin, ich will da niemanden degradieren oder auch niemanden diskriminieren und gar nicht mich unbeliebt machen, aber kenn ich nicht, ich kann ja nicht alles kennen. Ich bin gespannt, Pausen los. Ich mag so Videos, die in diesem Kiosk oder das ist kein Thai-Supermarkt, aber es sieht so aus wie so ein kleiner China-Thai-Laden ist, aber ich mag so, das hat immer so ein Flavor irgendwie. Ach, ne Hit-Gitarre. Das hört ein bisschen an, fängt an wie so ein Red Hot Chili Peppers Lied oder nein, wie so ein, nein, nein, Blink-182. Ist es cool, wenn ich deine Hand stehe? Jetzt könnt Real Talk wie Blink-182 anfangen. Gebt mir recht oder löscht euch. Will nach Hause, Kopf am Rauch, die Welt ist so klein, doch ich träume groß. Okay, krass, ich hab was komplett anderes erwartet. Ich dachte nicht, dass es so eine schnelle For-to-the-Floor-Dance-Nummer gibt, aber okay. Will nach Hause, Kopf am Rauch, die Welt ist so klein, doch ich träume groß. Cooler Flow. Will nach Hause, da 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 dause, die Welt ist so klein, doch ich träume groß. Fall auf die Schnauze, doch steh wieder auf, weil ich kenn keinen Stopp. Es geht pausenlos. Wollte mal raus, jedoch finde den Weg nicht zurück. Okay, war das jetzt Hook oder warte mal? Er kommt ja vom Style. Der hat auch so ein bisschen nicht so krass, dieser Bruder. Aber er ist auch so ein bisschen sing-sang-socken-mäßig angehaucht, gell? Nee, eigentlich gar nicht. Mag ich, wie er reinkommt. Sie hatte den Atem geraubt, fuck. Der Tag in den Brau, fuck. Ja, man, diese Stadt sind grau, den Luft. Sie hatte den Atem geraubt, fuck. Du musst immer laufen, es gibt keine Pausen. Bei dir bleibt kein anderer Weg, fuck. Ja, man, du hast Tades gesehen. Du musst weg, du musst raus, ja, du kannst nicht mehr entstehen. Das ist anspruchsvoll. Ich finde das von den Lyrics jetzt nicht... Was heißt Anspruch? Mehr so Flow. Lyrics kann ich mich gut mit identifizieren. Flow finde ich anspruchsvoll von der Hook. Oder weiß ich, ob das Hook ist oder Part. Fuck. Ja, man, du hast Tades gesehen. Du musst weg, du musst raus, ja, du kannst nicht mehr entstehen. Bin unterwegs, bin auf dem Sprung. Dicker Pausen los. Weiß, das ist irgendwann... Wildes Video, Digge. Bin unterwegs, bin auf dem Sprung. Dicker Pausen los. Weiß, das ist irgendwann... Ich muss auch mal Shoutout... Ich muss auch mal Shoutout... Shoutout an dieser Buddha raushauen, er trägt ein Allen Iverson-Shirt, Digge. The Answer. Von Philadelphia's 76ers. Ich bin manchmal nicht so angetan von diesen... Ich finde, also Hexer kenn ich ja... Hexer ist ja wirklich ein individueller Künstler, der so auch so Alleinstellungsmerkmaler hat, der sich nicht so vergleichen... Den man nicht so vergleichen kann mit anderen. Ich bin ja kein Fan von so Beats, muss ich einfach sagen. Und ich muss auch immer sagen, das ist aber einfach nur meine Geschmackssache. Für mich sind diese Beats, das ist so dieses... Das ist halt... Das ist so ein Beat, so dieses... Das ist so ein Beat, mit dem man heutzutage nichts falsch macht. So, das ist so ein... Ja, wir wollen... Warum ist denn meine Brille eigentlich die ganze Zeit verschlagen? Verschlagen? Das ist so ein... Ja, ich trau mich nicht viel Beat, so ein bisschen. Was aber nicht schlimm ist, weil Hexer traut sich ja oft viel. Dieser Buddha kenne ich halt nicht, aber das ist so ein... Beat, der ist so... Der ist schon so Schema-F-mäßig, muss ich sagen. Und auch die Lyrics, so von... Der Flow ist top, Digga, das geht gut ab, so, ne? Richtig nice. Lyrics. So, weiß es sich irgendwann klappt, darf nicht anhalten. Aber das... Das geht schon sehr gut ins Ohr, Digga. Auch so das... Halt den Fokus nach vorne und gib weiter Gas. Das ist so... Was heißt Kalenderspruch oder so? Ist auch nur meine... Ich mag es einfach, wenn es... Irgendwie nicht so nach Floskel klingt. Und das... Ihr wisst ja, ich muss ja immer irgendwas kritisieren. Ansonsten, ich finde das alles wirklich gut. Geile Künstler, so, ne? Auch schon oft drauf reagiert auf Hexer. So, manchmal wird das mir so ein bisschen zu plump. So, halt den Fokus nach vorne und gib weiter. Keiner Flow. Nicer Flow, geht aber ab. Ich finde auch das Video sehr geil. Diese Effekte, guck mal. Kein grader Weg, es geht alles nur auf und ab. Und dein Wert wird gemessen in Tausender. Nice. Kein grader Weg, es geht alles nur auf und ab. Und dein Wert wird gemessen in Tausender. Ich brauche ein Funken und setze das. Weil mein Feuer ist noch lang nicht. Ich brauche ein Funken und setze das Haus in Brand. So Lyrics finde ich... So was meine ich. Das finde ich viel geiler. Viel gewichtiger, viel wertvoller ist sowas für mich ganz persönlich. Ich brauche ein Funken und setze das Haus in Brand. Ich brauche ein Funken und setze das. Weil mein Feuer ist noch lang nicht. Doch, mein Feuer ist lange noch nicht ausgemacht. Das ist dope, Digga. Traum bin ich bisher nicht aufgewacht. Hab einen langen Atem, doch kein Sauerstoff. Guck, bis heute hat mich noch nichts ausgenockt. Ich bleib dran und hab irgendwann ausgesorgt, Digga. Du hast keine Kraft mehr für den ganzen Hustle. Du bist wieder tagelang drauf. Deine Mann ist in Stadt, sie ist grau, keine Luft mehr. Sie hätte den Atem geholfen. Du musst du mal... Schraubschlüssel. Das ist auch so der Hustle von jedem, glaube ich. Bin unterwegs, bin auf dem Sprung, Digga, Pausen los. Da habe ich letztens mit Herrn Kuchen auch ganz lang drüber geredet, als wir zusammen ein Adana essen waren. Digga. Da haben wir auch so über diese Karotte vorm Kopf geredet, so die bei uns allen irgendwie so. Wir sind alles so Esel und bei uns hängt wirklich so eine Karotte. Wir wollen diese Karotte immer bekommen, Digga. Immer, 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 immer. Und manchmal steckt uns einer, manchmal kriegen wir eine anderweitige Karotte irgendwo hergesteckt und dann haben wir eigentlich eine Karotte. Wir wollen trotzdem die und rennen weiter. Es gibt... Es ist nie... Es ist so irgendwie komisch. Bin unterwegs, bin auf dem Sprung, kick ab, hausen los. Weiß, dass es irgendwann klopft, darf nicht am halten bleiben bis zum Ende. Kommt immer. Immer mal da, immer mal... Hi. Hi. Mal dort, doch immer pausenlos. Genf mich durch jede Instanz, halt den Fokus nach vorne und gib weiter Gas, oder? Die Ersten haben fertig studiert, während mir langsam deutlich wird, was ich hier eigentlich mache. Ich sag dir, die Hook finde ich von der Melo wirklich gut, ne? Aber das ist so dieses Floskeln, Digga, gib weiter Gas und weiter und Kopf hoch und du musst dranbleiben. Das ist so, das ist so... Ich reiße ein Blatt vorm Kalenderblatt. Das ist aber wahrscheinlich so gewollt, weil wir alle versuchen, das hin und wieder mal mit irgendwelchen plumperen Lyrics irgendwie größeren Zuspruch zu finden und vielleicht in irgendwelche Playlisten zu landen, so, ne? Aber die Parts finde ich viel besser. Er bekommt nicht mit, dass Hexer drin ist. Was? Was laberst du, Dennis? Fühl ich, Digga, appreciate, Digga. Was geht ab? Can you relate? Ja, Mann. Genau sowas fühl ich. Was ist mit Hexer? Was ist mit Hexer? Was wollt ihr jetzt? Ach, Hexer ist hier im Chat. Ja, das wusste ich in der Tat nicht. Wo ist er denn? Hexer, mein Schatzi, wo bist du denn? Ach, da ist er. Dann ist doch DJ Eule bestimmt auch hier. Wir müssen auch Song machen. Ja, Digga, Habt ihr denn sowieso schon mal drüber geredet? Hier bin ich, hallo. Aber wir hatten doch da schon mal drüber geredet, ne? Oder irre ich mich? Zumindest mal angedacht. Oder vielleicht hab ich mit Eule mal drüber geredet? Mit Eule hab ich da drüber geredet. Mit Eule hab ich drüber geredet, Digga. Das ist auch, bisher hat noch alles geklappt, ne? Bisher hat noch alles geklappt, dafür gestresst dich. Bisher hat noch alles geklappt, dafür gestresst, weil immer auch so, zumindest ist es bei mir und so, verstehe ich auch die Zeile so für mich. Das heißt, überall so diese, dieses, ja, aber was ist, wenn es nicht mehr klappt? Was machst du dann? Was ist, wenn es floppt, wenn es vorbei ist? Wenn, 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 wenn du, wenn du diesen normalen Weg gehen musst, Digga. Wenn du nicht mehr der Einzige bist. Ja, genau, weißt du, Hexer, Digga, man kann ja hier offen reden, so zumindest, ich hau jetzt nicht jedes Detail raus, aber ich hab mit Eule da mal drüber geredet, der hat mich gefragt und das war mitten, am Ende von meinem Album, ich hab gesagt, oder mittendrin sogar noch, ich schreib halt grad, ich kann jetzt so, ne? Also jetzt, ich kann jetzt kein Feature schreiben, ich bin sowieso völlig überfordert, völlig gestresst, wie du selber auch weißt, so von meinem Produkt grad, bla bla bla. Ich hab aber gesagt, wenn du mir was schickst, weil ich, ich merk's auch jetzt wieder, du gehst halt von der BPM auf andere, auf andere Tempi, ne? Und ich hab dem gesagt, ey, wenn du mal sowas hast, so zwischen 90 und 100 BPM, schick rum, Dig, ey. Nice Teile. Ich mag die Melodie, so. Ich hab mir da so ein bisschen mehr Action, aber doch so gewünscht, so irgendwie so. Du hast keine Kraft mehr für den ganzen Hassel, du bist wieder Tag und ein Brauchfach. Ja, man, diese Stadt, sie ist blau, keine Luft mehr, sie hätte den Natan geraubt, fuck. Du musst immer laufen, es gibt keine Pausen, da der Blick ein anderer Weg, fuck. Ja, man, du hast alles gesehen, du musst weg, du musst raus, aber du kannst nicht mehr stehen. Bin unterwegs, bin auf dem Sprung, TK Pausen los. Weiß, dass es irgendwann klappt, darf nicht anhalten, bleibt bis zum Ende, konstant immer. Immer mal da, immer mal top, doch immer Pausen los. Also lasst gern Liebe da ab. Ja, man, schick was rüber, Hexer, Digga. Beste Grüße gehen raus. Beste Grüße gehen raus.